so leute ihr seht gerade schon ich habe endlich die neue superkiste gefunden aber wie ihr seht die bekommt automatisch schaden wenn ich mich jetzt nicht ganz irre oder wodurch kommt diese vibration ich öffne sie aber schnell was ist drin das ist alles dass die superkiste aber jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet weil schreibt man die kommentare was kann man also dieser kiste bekommt eigentlich mehr als jetzt nur das im prinzip war es einfach nur eine epische kiste weil ich habe einfach nur eine epische maschinenkistole bekommen schreibt mir wirklich in die kommentare was habt ihr alles daraus bekommen weil ich denke da sollte man irgendwelche besondere dinge rausbekommen also wer da irgendwelche informationen hat gerne bescheid geben weil das war jetzt schon ein bisschen lächerlich in meinen augen also ich wollte es euch einfach nur zeigen weil es ich gerade random gefunden habe vergesst nicht den kommentar aufzuschreiben in dem sinne haut rein